Hallo, sein S.R.B. Ihr habt echt den schlechtesten Flow Doch dafür habt ihr ne coole PowerPoint-Präsentation Du wirst sowieso nicht gewinnen Dein Gesicht sieht aus, als würden die Proportionen nicht stimmen Dein Sinn für Mode, ja, den fehlt dich auch erstaunlich Aber die AirPods fassen doch gar nichts im blauen Outfit Sieh die aus, obwohl das würde nie so klappen Denn ohne die AirPods könntest du auch keine Videos machen Cap und T-Shirt, immer die gleiche Farbe, find ich echt nicht schlau Wenn du abgestochen, du hast siehst du direkt ne rote Kelpie auf Manic gibt's ja auch noch, doch der ist halt leider echt nicht schlau Ein Mo-Mann-Pilz, alle verformen, stirbt er eh bald einem Herzinfarkt Die Sache mit den Videos, ey, das ist ja wohl ein schlechtes Schema Euer Editing besteht aus Ränderferien Waddle immer noch denkt, er hätte angeblich ne Chance Sieht Manic aus, als würde er zu nem Malle hitperformen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal